Wir sind hier beim Recording bei den Aufnahmen zu unserem Musikvideo Rising Tide. Hier ist der Dockarbeiter, John Henry, mit seinem schönen Käppchen und ein paar Arten. Slow Tee. Und du hast den Zeugner auch mitgenommen, du hast alles mitgenommen. Deswegen habe ich dir die Gartenscher reingestellt. Achso, ich denke, wofür ist diese Gartenscher? Schöpfer und Schöpfer. Ich werde die Gartenscher reingestellt. Ich werde die Gartenscher reingestellt. Ich werde die Gartenscher reingestellt an. Wir sind alle in der Vorbereitungsphase für den Kaffee und die Filmleute machen hier Der Filmzeug gerade, da hat er so eine Kamera von Konrad mitgenommen heute Hallo Loren! Hallo! Hallo, komm da! Musik I am talking to you, Daniel Me? Yes, you are killing my soul by taking a picture of me Was ist Piotr, hast du gepuzzt die Barsch-Gitarre? You better not fuck on the table, you son of a bitch. You better sit on the bed. You better not sit on my bed, you son of a bitch. You better sit on my bed for a chance to come to life. Hello. Willkommen bei... Ok, thank you very much. Willkommen bei Mabern Video Dreh. Punkt. Mir fällt nichts mehr. Bis zum Teufel! Wuhu! 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 Bist du clever? Wuhu! 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 Wuhu!